So, schönen guten Morgen. Fett-Protokoll, dann die Zahlen der ersten US-Großbank. Ja, das war durchaus auch wichtig. Dazu kommen wir später erstmal zum wichtigen, zum Knaller-Ereignis des gestrigen Tages. James T. Kirk hat es tatsächlich ins Weltall geschafft zu Lebzeiten. Das ist Jeff Bezos, wenn ich es richtig sehe. Und das war gestern Abend, ist das über die Monitore geflackert mit über 90 Jahren. Der älteste Mensch, der es je geschafft hat. Allerdings muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht war ich jetzt schon von dem Raumschiff, mit dem er unterwegs war. Da hat mir die Enterprise irgendwie besser gefallen. Das Ding hatte ja eher, mit dem sie dann losgeflogen sind, andere Ausmaße. Naja gut, was nicht ist, kann ja noch werden. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, die ganze Zukunft um genau zu sein. Vielleicht werden die irgendwann mal schicker. Aber habe mich natürlich für ihn gefreut. Held meiner Kindheit, ich nehme an, von einem oder anderen, also von Ihnen, von dem einen oder anderen vielleicht auch. So, hat geklappt, sind zurück, kann dann losgehen. Und jetzt werden wir uns mal mit der Börse beschäftigen und mit dem, was da passiert ist. Und schauen erstmal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Bist du eigentlich auch ein Fan von Star Trek und Raumschiff Enterprise gewesen? Oder ist das komplett an dir vorbeigegangen? Also es war natürlich Raumschiff Enterprise. Aber... Ja, es ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, gebe ich jetzt mal ganz ehrlich zu. Aber ich freue mich natürlich, dass du dich so freust. Auch wenn quasi die Optik dir dann nicht ganz so zugesagt hat. Aber hey, da können die ja vielleicht noch nachbessern, das so ein bisschen schicker. Oder vielleicht so im Retro-Style. Keine Ahnung. Also was dir da eher zusagt. Aber wenn wir jetzt auch noch über die Märkte heute reden möchten, dann sieht es immerhin so aus, als könnte der DAX an seine Erholung von gestern anschließen. Also gestern hat er ja zugelegt um 0,7 Prozent und heute deutet sich auch ein freundlicher Staat an. Kann man sich natürlich fragen, wo kommt das denn jetzt her? Denn die Inflationsraten, die sind ganz schön hoch. Da haben wir ja sowohl die Daten aus Deutschland gesehen, als auch aus den USA. Was wir aber eben auch aus den USA gesehen haben, du hast es angesprochen, das FED-Protokoll. Und da deutet sich zwar an, ja, eine Reduzierung der Anleihekäufe. Das ist jetzt aber nicht so die große Überraschung. Aber das Tempo, das soll doch eher gemäßigt sein. So deutet man das Ganze zumindest am Markt. Das ist schon so ein bisschen was Positives. Und wir sehen Rückenwind heute Morgen von Seiten der asiatischen Börsen. Besonders der Nikkei liegt ordentlich zu. In Hongkong weiterhin kein Handel heute. Also die freundlichen Vorgaben, die dürften uns zum Start eben auch etwas Rückenwind verleihen. Und dann geht die Berichtssaison munter weiter. Zum Beispiel aus den USA mit Bank of America, Citigroup, Wells Fargo. Den haben wir noch am Start. Alcoa zum Beispiel, morgen Stanley. Also da ist heute noch mal einiges los. Schauen wir mal, welche Impulse das dann setzen kann. Aber erstmal dürfte es hier ganz nett losgehen für den DAX. Es dürfte also ganz nett losgehen für den DAX. Und dann hoffen wir, dass sich das den ganzen Tag über so weiterentwickelt. Dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Schönen Dank nach Frankfurt. Übrigens, Patrick Stewart, das ist der Schauspieler, der Jean-Luc Picard bei Star Trek gegeben hat. Der ist auch über 80. Das könnte man ja dann so weiterspinnen, dass der dann vielleicht mit Virgin Galactic mal einen Ausflug ins All macht. Mir wird das gut gefallen. Wie gesagt, durchaus ein bisschen emotional angegangen gestern die ganze Geschichte. Aber jetzt ist es passiert. So, also Dow Jones gestern zumindest die Verluste wieder aufgeholt. Das FED-Protokoll, was zeigt es? Jawohl, sie werden ihre Anleihekäufe oder sie wollen ihre Anleihekäufe Mitte November oder Mitte Dezember dann tatsächlich zurückfahren. Allerdings, und das ist ganz interessant, ein Teil der Mitglieder der FED, denen geht das nicht schnell genug. Also die hätten ganz gerne eine schnellere Gangart gesehen, weil diese 10 bis 15 Milliarden, das geht ihnen angesichts der Inflationsdaten, die wir zuletzt gesehen haben, eben nicht schnell genug. So oder so könnte das Programm dann Mitte kommenden Jahres auslaufen. Die gute Sache, wenn man da jetzt was Gutes drin sehen will, also zu den Zinsen, da gibt es offensichtlich keine große Eile, da jetzt mal die Daumenschrauben anzuziehen. Und deshalb der Markt gestern dann tatsächlich noch ganz fit unterwegs gewesen. Vor allen Dingen Tech lief dann zum Ende hin richtig gut. Asien, die Kollegin hat es gerade angesprochen. Hongkong, das ist natürlich auch schön. Erste Warnung, Tropensturm machen wir nicht auf. Und dann Feiertag machen wir auch nicht auf. So soll es sein, es sei ihnen gegönnt. Ist ja auch glücklicherweise erstmal nichts passiert. Dafür in China, ja, mehr oder weniger auch hier, wie soll man sagen, Wasser treten. So könnte man es, glaube ich, bezeichnen dafür in Tokio ein bisschen stärker momentan der Kursaufschwung. Etwas, was die Leute heute Morgen durchaus noch interessiert hat, sind die Erzeugerpreise in China. Denn die sind kräftig geklettert und zwar auf den höchsten Stand seit 26 Jahren. Das ist verglichen mit dem, was wir in Deutschland gesehen haben, tatsächlich noch gar nicht so schlimm. Aber Sie sehen es, der Trend zeigt hier deutlich nach oben. Und wenn sich das weiter so entwickelt, dann werden die ebenfalls in den kommenden Wochen und Monaten natürlich noch häufiger melden, dass es da kräftig zu kräftigen Preissteigerungen kommt. Sicherlich ein Aspekt, den man hier weiter beobachten muss. Dann haben wir, was ist das? Genau, der Ölpreis. Ich war gestern tanken. Diesel. 1,52 Euro. Muss ich sagen, Hut ab. Das war teuer und das geht mittlerweile ins Geld. Und das ist auch richtig schmerzhaft, wenn Sie überlegen, wie viel Sie eigentlich fahren müssen. Und ich muss gar nicht so viel fahren, weil meine Arbeitsstätte und mein Wohnort, das ist jetzt nicht so weit auseinander. Aber es gibt sicherlich Menschen, die da etwas weiter unterwegs sind. Und die merken das jetzt natürlich richtig im Geldbeutel. Es ist ja eben nicht nur hier an den Zapfsäulen, sondern Strom etc. Das wird ja auch alles wirklich recht schnell, recht teuer. Und wenn wir uns das anschauen, jetzt haben wir hier seit Jahresbeginn mittlerweile einen Anstieg beim Ölpreis von 70%. Klar, die Saudis freut es. Die Erzeuger und die Verarbeiter freut das natürlich auch, weil sie machen momentan ordentliche Gewinne. Aber es trägt natürlich insgesamt an der Börse jetzt nicht zur guten Stimmung bei, weil die Inflation, wie gesagt, momentan unter erhöhter Beobachtung steht. Der Dow Jones gestern zweigeteilt. Tech war vorne. Salesforce und Microsoft, die sind ordentlich gelaufen. Die haben auch ordentlich da eingezahlt auf zumindest, dass der Dow Jones mehr oder weniger plus minus null rausgegangen ist. Auf der anderen Seite waren es hier die Finanztitel, die gestern etwas kräftiger verloren hatten. Obwohl JP Morgan die Zahlen wirklich gut gewesen sind. Dazu kommen wir jetzt. Die Aktie gestern dann allerdings trotzdem unter Druck. Es ist passiert, dass, was ich ja schon angedeutet hatte, nämlich, dass weitere Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle aufgelöst wurden. Ein wirklich, wie sagt man das, Bright Spot. Ein wirklicher Lichtblick. Ein wirklicher Lichtblick ist das Investment Banking gewesen. Da ging es nämlich richtig für JP Morgan nach oben. Plus 45 Prozent haben die hier tatsächlich ausgewiesen fürs dritte Quartal. Dann fragen sie sich natürlich, Moment, aber wenn doch alles so gut gelaufen ist und der Gewinn auch über den Erwartungen lag und der Umsatz, es waren über 30 Milliarden Dollar im letzten Quartal. Also auch da über den Erwartungen, wenn das doch alles so gut ausgefallen ist. Weshalb ist die Aktie denn dann unter Druck geraten? Ganz einfach, weil JP Morgan schon mal die Börse bzw. die Anleger davor gewarnt hat, dass die Kosten in den kommenden Monaten weiter steigen werden. Weshalb werden sie das? Weil das Geschäft des Unternehmens performancebasiert ist. Je mehr Umsatz sie machen und je erfolgreicher sie dabei sind, desto mehr Boni müssen die letztendlich an die Mitarbeiter ausschütten. Und das war das, was Jamie Dimon gestern dann gesagt hat, der Vorstandschef. Er sagte, wir werden vermutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Das heißt, die Kosten werden steigen. Und das ist das, was der Markt eben hier nicht so gerne sehen wollte. Übrigens haben sie auch, und das muss man dann tatsächlich auch mal zur Ehrenrettung der Banken sagen, die sind nicht nur gierig, sondern sie teilen auch aus. Sie haben tatsächlich auch für die jungen Mitarbeiter, die erst neu ins Unternehmen gekommen sind und für die Junior Analysten, haben sie ebenfalls die Löhne angehoben. Also auch das trägt dann natürlich letztendlich zu den Kosten bei und das können wir überspringen in die Grafik. Schauen wir weiter mit Tesla. Es läuft einfach. Newsflow ist in Ordnung. Die Auslieferungszahlen sind in Ordnung. Ich hatte es ja auch mit dabei. Zuletzt auch vor allem die Fahrzeuge, die in China produziert werden, sind stark. Die Zahl der Fahrzeuge ist stark gestiegen. Und zuletzt ja wieder Rekordabsatzzahlen gemeldet. Und das Ganze vor dem Hintergrund weltweiter Chipknappheit. Also das ist dann natürlich schon ordentlich, was das Management da leistet. Wenn alle anderen stöhnen und die sagen, ja ist okay, es gibt tatsächlich Probleme bei der Chipbeschaffung, aber wir kriegen das irgendwie schon gebacken. Oracle, weshalb habe ich die dabei? Ja, vor allen Dingen deshalb, weil sie klasse läuft. Und wenn Sie sich anschauen, Microsoft ist auch ein toller Wert. Ich will die jetzt auch gar nicht miteinander vergleichen, aber Oracle, die laufen seit einigen Tagen hier wieder kräftig an. Neues Rekordhoch. Man muss das Geschäftsmodell des Unternehmens nicht unbedingt mögen. Die sind sehr aggressiv und letztendlich die Umsatzzuwächse, die sind weniger organischer Natur als viel mehr, weil das Unternehmen einkauft, als gäbe es kein Morgen. Also in den letzten 25 Jahren über 100 Unternehmen, 130 Unternehmen, die sogar übernommen wurden. Das zahlt natürlich immer auf der Umsatzseite ein. Deshalb hat man auch die Umsätze letztendlich verdreizinfacht in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Das ist alles schön und gut. Jetzt sah es allerdings längere Zeit so aus, als könnten sie den Sprung in die Cloud-Zukunft verpassen und wären da vielleicht ein bisschen spät unterwegs. Aber mittlerweile hat auch Oracle hier tatsächlich nachgelegt, hatten einen Großkunden für die eigene Cloud-Infrastruktur gewinnen können. Zoom-Video, das ist ja kein kleines Unternehmen, sondern ein relativ großer Deal, den man dann auch vorzeigen kann. Und jetzt sind die Analysten auch wieder zufrieden. Die Wachstumsdynamik nicht ganz so hoch wie bei anderen Tech-Unternehmen. Dafür ist die Aktie allerdings mit einem KGV für das kommende Jahr von 20 auch noch moderat bewertet. Und wenn Sie sich das anschauen, muss man sagen, ja, macht manchmal auch Spaß oder macht häufiger auch Spaß an der Börse mit Unternehmen, die eben nicht so im Fokus stehen. Und man kann es drehen und wenden, wie man will. Oracle steht nicht im Fokus. Microsoft steht im Fokus und Oracle wird immer irgendwie da dann vielleicht an zweiter, dritter oder fünfter Stelle genannt. Beim DAX warten wir ab. Es deutet sich ja ein guter Handelsauftakt ab letztendlich. Die Vorgaben geben das auch her und dann vielleicht, dass wir uns ein bisschen stärker von dieser 200-Tage-Linie entfernen können. Auf der Oberseite, klar, man könnte das Ganze jetzt hier auseinandernehmen und könnte vielleicht auch noch von den Tageskerzen auf Stundenkerzen runtergehen. Klar, alles möglich und dann würden wir ein feineres Bild bekommen. Aber im Wesentlichen ist es doch klar, es geht um die 16.000-Punkte-Marke. Zwischen 15 und 16 pendeln wir jetzt mittlerweile schon seit ein paar Monaten rum. Und solange wir die eine nicht unterschreiten und die andere nicht überschreiten, ist es business as usual. Die Spanne ist natürlich relativ groß, überhaupt gar keine Frage, aber so ist es momentan. Was haben wir im Hardax, die Performer gestern gewesen, SAP war mit dabei und Nordex. Nordex momentan wieder im Fokus. Die haben für das dritte Quartal einen Auftragseingang gemeldet, der 50% über den Vorjahreswert lag. Dazu kommen wir später erstmal zur Deutschen Bank. Da gibt es jetzt eine Klage aus Spanien, die unter Umständen dem Unternehmen zusetzen könnte, ist aber nicht das Einzige. Die Aktie war zuletzt gut gelaufen und jetzt sind gestern ein paar Gewinne mitgenommen worden. Hatte vielleicht auch mit den amerikanischen Werten zu tun. Dürfte sich allerdings hier auch relativ schnell das Bild wieder ändern. Nordex. Olaf Scholz könnte unser neuer Bundeskanzler werden. Ich glaube, er selbst sieht sich ja schon als unser neuer Bundeskanzler. Er wird es vielleicht nicht sagen, aber ich glaube, die Chancen stehen ganz gut. Und jetzt hat der Mann gesagt, wo er seine Schwerpunkte drauf legen wird, das ist jetzt nicht ganz überraschend, Klimapolitik. Also wir müssen irgendwie die Klimawende hinbekommen, damit unsere Kinder auch noch einen Planeten haben, auf dem es sich zu leben wohnt, auf dem es sich zu wohnen, nee, zu leben lohnt. So, jetzt, es ist noch früh am Morgen, um Gottes Willen, ey. Und Nordex momentan da natürlich so ein bisschen im Fokus. Das sind jetzt keine Nachrichten, die das Unternehmen direkt betreffen. Aber natürlich, wenn Klimapolitik endlich mal in die Hand genommen wird und nicht nur hier darüber gesprochen wird und dann passiert nichts, sondern wenn tatsächlich auch mal was passiert, dann dürften die Unternehmen natürlich vorne mit dabei sein. Und Nordex, wie gesagt, ist ja einer der Vertreter. Wir haben ja schon häufiger gesagt, uns würde es besser gefallen, wenn sie profitabler wären. Wir würden ganz gerne hier noch einen Moment abwarten. Aber technisch sieht es langsam wieder etwas besser aus. Und wenn wir uns da aus dieser Seitwärtsbewegung herausgearbeitet haben, dann kann man tatsächlich auch mal bei Nordex wieder zugreifen. Ich habe es ja gerade erzählt, die Auftragseingänge für das dritte Quartal 50 Prozent über dem Vorjahreswert. 1,8 Gigawatt sind das, glaube ich, gewesen. Das ist natürlich schon aller Ehren wert. Bei Airbus gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Die Aktie weiterhin in der Seitwärtsbewegung. Im letzten Monat hat man ein Flugzeug letztendlich ausliefern können. Aber das ist auch eben nur eine Momentaufnahme. Insgesamt sind die auf einem ganz ordentlichen Weg. Die Analysten sind auch zufrieden. Nein, was die momentan interessant macht, ist eine Nachricht, dass es eine Kooperation mit Plug Power gibt. Und man will ausloten, noch mit einem zweiten Unternehmen, Philips 66, glaube ich. Man will jetzt ausloten, inwiefern man grünen Wasserstoff für den Antrieb von Flugzeugen verwenden kann. Und Airbus hat ja gesagt, wir wollen bis 2025 tatsächlich so einen Null-Emissionsflieger dann auf die Startbahn setzen können. Von daher durchaus positive Entwicklungen, die sich momentan noch nicht ganz im Kurs niederschlagen. Aber wenn wir uns die vergangenen 18 Monate anschauen und vor Augen führen, was es in der oder wie es die Branche letztendlich auch erwischt hat in der Pandemie, muss man sagen, dass das Jammern auf ganz hohem Niveau ist. Es gibt gar nicht so viele Unternehmensnachrichten heute. Die Kollegin hat es angesprochen. Ja, wir warten jetzt auf weitere Unternehmenszahlen aus den USA, aus dem Bankensektor. Ansonsten ist es eher das große Bild, dass die Stimmungslage an den Börsen bestimmt. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das Stimmungsbild sich weiter auffällt und wir um 14.40 Uhr dann positive US-Börsen erleben werden. Wir werden es sehen. Bis dahin. Gute Zeit, gute Kurse. Tschüss. Outro 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 Outro